Hallo. Willst du auch später mal Handys reparieren? Willst du auch später mal Handys reparieren? Du sollst Ja oder Nein sagen. Hey, my name is Ben, Rescue Germany. If you want to mail in your device easily, it's just going to rescue-repair.com and click on create order. And today we just fix an iPhone 10 with a Face ID issue. So let's directly go. Also wir starten. Ich halte einmal das Gerät weg, weil ich einen Sperrcode eingeben muss, so I have to use a code for the phone. So what we see is an error with the TrueDepth camera has been occured. Also wir haben hier die Problematik, dass ein Fehler mit der TrueDepth-Kamera, TrueDepth mit der TrueDepth-Kamera aufgetreten ist und wir fokussieren hier. Ja, guck mal, so funktioniert sogar. Dementsprechend reparieren wir das Ganze jetzt. Wir überprüfen den Fehler und wir lösen den Fehler, damit der Kunde dann wieder eine funktionale Face ID hat. So we just check what's the issue here. So the screen has been changed before. Okay. Perhaps we had some dust here. Also was ganz häufig passiert, wenn ihr das Display irgendwo tauschen lasst, dass der Techniker hier einen Fettfleck hinterlässt, einen Fingerabdruck oder einfach ein bisschen an dieses Prisma drankommt, das über dem Dot-Projektor sitzt und dann deaktiviert sich die Face ID. Und das bedeutet in der Folge, dass ich die Meldung bekomme, es ist ein Fehler mit der TrueDepth-Kamera aufgetreten. Die TrueDepth-Kamera in dem Sinne gibt es nicht. Es ist eine Einheit, die besteht aus der Infrarot-Kamera, der Frontkamera und dem Dot-Projektor mit dem Prisma obendrauf. Wenn wir das Ganze Apple zertifiziert machen, dann tauschen wir diese ganze Einheit aus und lernen die neue Einheit an das Gerät an. Wenn wir das Ganze frei machen, ist das ein Stück günstiger und wir reparieren im Endeffekt den Dot-Projektor. Das ist in einigen Fällen möglich, in den meisten, und darum tun wir das hier auch so. If we replace the whole TrueDepth-Unit, we do it as an Apple-certified repair. If not, we just repair the Dot. So if you got a broken, a broken infrared cam, we have to change the whole system here. And this is an Apple-certified repair, which takes more money than just repairing the Dot. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Infrarot-Kamera wirklich physisch defekt habt, dann führt nichts daran vorbei, diese ganze Einheit auszutauschen. Also, als allererstes disconnecten wir die Kabel. Der Andi hat schon vorgearbeitet an dem Gerät, hat den Akku schon etwas gelöst. Dementsprechend können wir jetzt hier schon die Einheit rausnehmen, das Gehäuse wegpacken. Dann nehmen wir unsere JC V1SE. Wir können auch eine normale V1 holen, beziehungsweise V1S. Das ist völlig egal. Ich verbinde die nur einmal mit 5 Volt USB. So I just use it, just connect it to 5 Volt USB. And then we just start it up and have a look, what about the Dot? Als erstes schauen wir, was ist denn mit dem Dot-Projektor los. Dementsprechend klicken wir hier auf Test und dann sehen wir hier, dass der abnormal getestet wird. Und das bedeutet, wir müssen den Dot-Projektor reparieren. So it's abnormal, so we just have to repair the Dot-Projektor. So we copy the data from the Romeo IC inside. Inside, also innen drin sitzt ein IC. Der hat den Spitznamen Romeo. Und es ist kein Hund. Und dementsprechend kopieren wir einmal die Daten und schreiben dann die Daten auf dieses JC Flexkabel. And we just copy the data to this JC Flexkabel. So we connect the Flexkabel here. We click on Burn. We click on Anger. And then it gets burned. So jetzt haben wir quasi hier ein neues Flexkabel auf dem Flexkabel drauf. Da sitzt ein Chip. Und auf diesem Chip haben wir im Endeffekt die Daten von diesem deaktivierten Chip jetzt geschrieben. Und jetzt nehmen wir den Dot-Projektor von dem Prisma ab. Und dann zeige ich euch, was wir weitermachen. So now we just take the Dot from the Prism and then I show you what we do as the next steps. So we need a Bordholder, which I don't have here at the place. I just get one. Also ich gehe schnell den Bordholder holen. Ich habe nämlich was ganz Tolles gemacht. Ich habe über das Wochenende alle Werkzeuge aus der Werkstatt in den Ultraschallreiniger gepackt, den ich natürlich nicht nehme, um irgendwelche Bords zu schallen, sondern nur, um Werkzeuge zu reinigen. dementsprechend muss ich den gerade noch aus der Reinigung holen. Mein kleiner Sohn, der ist in der Werkstatt nebenan und belästigt unseren Ilya. So my little son is next beside. I just saw he wanted to visit me. And he is playing with Ilya in the workshop. Okay. Naja, so ist das. Familienbetrieb wird bei uns groß geschrieben. Das heißt, bei uns sind die Kinder und auch die Hunde dauernd mit im Betrieb. Das heißt, wir wohnen über der Firma, die Hunde kommen mal runter, die Kinder kommen mal runter. Das ist so. Damit muss man bei uns leben. Aber ich denke, das macht das Ganze auch doch ein bisschen annäherbarer, ja. So annäherbarer, anerreichbarer, persönlicher, keine Ahnung, sympathischer, wie auch immer. So the kids are always with us here. So I think this is not a problem. Okay. So now we just do the next step. Jetzt machen wir den nächsten step. Und zwar trennen wir jetzt den Dot von dem Prisma. So we just separate the Dot from the Prism. I take my hot air. Ich nehme jetzt meine Heißluft dazu. Als allererstes nehme ich hier mal ein bisschen die Klebermasse raus. At first I just peel off the glue here. At this side and on the top here. Okay. And after that we just separate. Als allererstes geht es darum, den Kleber auf der Oberseite zu lösen und danach trennen wir dann wunderbar. Passt. Normalerweise haben wir Druckluft an den Plätzen. Hier im Videoraum haben wir noch keine feste Druckluft verbaut. Die kommt noch. Das heißt, wir machen noch eine Bohrung und verlegen dann im Endeffekt die Druckluft hierher. So at the moment we don't have pressure here but soon we will have no problem. We go straight to the microscope and just have a look. Lights on. Let's go. Und auch hier fehlen mir wieder die Augenmuscheln. So wir sehen, wir haben die ganze Verklebung noch drauf auf dem Dot. Das passt so weit, das ist immer wichtig. So we see we have the clue straight on the dot and that's pretty important because otherwise we have to replace that. Okay. So next step. We stay under the microscope. Wir bleiben unter dem Mikroskop. Und was wir jetzt tun ist einmal, wir müssen jetzt quasi den Romeo IC bridgen oder beziehungsweise den Romeo IC deaktivieren, indem wir das MOSFET bridgen. So das heißt, wir gehen hier unter das Mikroskop. Und soll ich jetzt wirklich meine Premiere machen und das Ganze ohne Augenmuscheln machen? Ich bin nämlich ein völliger Nerd, was das angeht. Und arbeite eigentlich immer nur gewohnt an meinem Platz. Nein, wir schauen mal. So normally I don't work without without my Augenmuscheln. So. Als nächstes müssen wir dann hier die Lötverbindung bridgen. Dazu muss ich aber noch einen Lötkolben holen, den hatte ich mir vorhin geklaut, weil ich wie gesagt noch an zwei Plätzen arbeite. Moment. Ja, sehr gut. So. Als nächstes nehmen wir etwas Plusmittel, so der nächste Schritt ist, wir nehmen die Flux hier. Und dann wir nehmen unser Solder Iron und ein bisschen mehr Solder und wir einfach ein bisschen zu viel. Was ist die Temperatur an der Station? Oh, okay. It's too less. Ein bisschen blöd eingestellt, die Station. Aber kein Problem. Wir korrigieren das. We just correct that. It's just if you work on different places. Okay. It's just a little bit different. Also, jetzt nehmen wir uns wieder Heißluft und können in dem Fall dann hier auch schon den Dot-Projektor abnehmen von dem Flexkabel. Das ist das alte Flexkabel. This is the old Flexkabel. It can go away. Then we just take a tweezer. Dann nehmen wir unsere Pinzette. und dann auf die Rückseite von dort und dazu etwas Flussmittel. Ihr seht, meine Werkzeuge sind jetzt so sauber. Der Holder auch. Normal bleibt das immer da drin kleben. Am alten Flussmittel ist jetzt alles gereinigt. So we have just cleaned all the tools it feels like a new world. Dustabsorber on. Something we have on the other tables too. Also wir haben an den anderen Plätzen natürlich eine feste Lothabsaugung die quasi im Außenbereich steht und unsere Plätze dann absaugt. Hier drin haben wir einen Tischabsauger von Tool. Warum haben wir hier drin einen Tischabsauger? Weil die Abluft hierher zu verlegen wäre extrem aufwendig und für unseren Videoproduktionsraum reicht es hier aus. For the Videoproduction room this is pretty okay. I hope you can see everything but I think yes. Ich denke ihr solltet eigentlich alles soweit sehen. Okay. Now we just take a wipe. Jetzt nehmen wir ein Tuch und ein bisschen Kontaktreiniger. Normal mache ich das mit einer Bürste aber auch die Bürste habe ich mir vorher nochmal geklaut. Die hat auch hier gelegen. dann kontrollieren wir. Ich mache das wirklich sehr sehr langsam mit euch. So I just do it in a very very slow way with you. And like you see we do a lot of basic stuff now here at the channel because the pro stuff is for the paid subscriptions. Also was auch ganz wichtig ist zu wissen wir werden hier auf dem Kanal den betreiben wir ja vor allem um zu zeigen was wir in der Lage sind zu reparieren damit den Menschen das auch klar ist wo sie ihre Geräte hinsenden und wenn ihr dann wirklich lernen wollt wie sowas funktioniert dafür sind dann unsere bezahlten Abonnements die jetzt zeitnah kommen werden jetzt sehen wir dass hier auf dem einen Pad noch ein bisschen Lot fehlt so it's just a little bit of soul missing at the one pad here this is pretty okay jetzt sieht das ganz gut aus und jetzt nehmen wir das neue flex kabel now we just take the new flex 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 and sit down the dot projector und da verlöten wir jetzt den dot projektor drauf das heißt ich hebe den jetzt hier raus der sollte jetzt hier leichter raus gehen als sonst das tut er auch weil wie gesagt alles frisch gereinigt ist jetzt nehmen the dot projector dann nehmen wir den dot projector so der sitzt that sits good pretty short time until the solar cooling down wir warten immer kurz bis das load runter kühlt können wir einmal reinigen und was wir mit reinigen ist um den dot weil wir da gleich kleber aufbringen und wenn da fluss mittel dazwischen ist dann ist das nicht gut für die klebekraft so which is green between pretty okay now we just tested with the jc v1 se testen wir mit der v1 se ob das jetzt soweit passt und wir sehen alles wieder normal auch die ntc ist normal und damit wissen wir wir können jetzt den dot projektor wieder verkleben über den prisma so looks pretty okay and now we can just glue the prism i just need to get a tool for doing that okay also ich brauche einmal nur ein tool damit ich das ganze dann besser just eine Sekunde so jetzt nehmen wir uns den das passende tool now we just take the matching tool and we get i show it under the microscope it's better also ich zeige es euch unter dem mikroskop normal mache ich das ohne beziehungsweise ich schiebe es so rein und dann zeige ich euch einmal unter dem mikroskop wie das dann aussieht und dann es aussieht wie das aussieht und jetzt adjustieren wir das Ganze und das machen wir mit der entsprechenden Vorrichtung ich habe hier die von kian li hier und was we see ist that it matches perfectly ok wir sehen das passt perfekt hier es ist ordentlich und sauber ausjustiert oben wie unten top bottom all good now we need clue i take the mechanic ok 7 ok ich nehme die mechanic ok 7 da gebe ich mir ein bisschen hier auf meine frisch gereinigte form um die gleich wieder zu versauen und dann nehmen wir eine saubere pinzette then we just take a clean tweezer and then we just get the clue right onto the dot totally totally new working for me without augenmuschel without eye protectors das ist für mich wirklich völlig neue art zu arbeiten ohne augenmuschel völlig crazy aber naja man gewöhnt sich an alles hat mal irgendjemand gesagt oder nicht so dann nehmen wir ein bisschen heißluft um den trocknungsvorgang von dem klima zu beschleunigen we we take some hot air to speed up the clue getting hard okay looks pretty okay sieht schon ganz gut aus glaube ich okay andere seite next side just take the bottom side now clue but you need to go down here wir müssen schauen dass er den kleber auch wirklich da unten hinbekommt wo er hin soll sieht man und dann wieder heißluft und dann wieder heißluft und dann wieder hot air ician und da dann wieder heißluft So, und jetzt müssen wir kurz warten. Now we just need to wait a short time for letting the glue harden out. Also der Kleber muss kurz härten. Ich würde sagen, so zwei, drei Minuten. Ich kann jetzt mal den Fredo fragen, ob der mit kurz vor die Kamera kommt. Vielleicht hat er Lust, wenn nicht, dann nicht. Okay, I just ask my son if he wants to come to the camp and after that we can use the dot right with the phone and check if it works. This is my son Fredo. Das ist der Fredo. Sag mal, in die Kamera sagst du mal Hallo. Hallo. Willst du auch später mal Handys reparieren? Willst du auch später mal Handys reparieren? Du sollst Ja oder Nein sagen. Du Luis. Willst du auch mal machen, was Papa macht? Ja. Ja? Super. Gib mir fünf. This is my little son and he wants to repair smartphones and do date recoveries if he gets bigger too. Also wenn er groß wird, mag er das auch mal machen. Ja? Guck mal, wir haben jetzt hier eine Face ID repariert. Nicht die Zunge raus. Und die... Drück einmal drauf. Komm. Just hit it one time. Okay. Ab rüber. Komm. Ich komm sofort. But this is family. Family business. What should I say? Was soll ich sagen? Na, so ist das. Jetzt gucken wir mal. Es ist eigentlich noch ein bisschen früh, um das jetzt zu probieren. Aber wir haben ja auch immer nur begrenzte Zeiten in jedem Video. Und der Tim hinter der Kamera hier, der wartet auch schon den halben Mittag, dass wir starten. Und es ist immer wieder, wie so häufig, was dazwischen gekommen. Also müssen wir jetzt durchziehen. Das sollte funktionieren. I think that this should work. If not... Shut in my head. Wir werden sehen, ob das... Aber ich gehe fest davon aus, dass das so funktioniert, wie es soll. Wir legen das Kabel schon so, wie es dann liegen soll. Ja? Den Akku verkleben. Neu. Das macht der Andi im Anschluss an die Reparatur. So, getting the battery glued down is something we do later. Not a problem. And now we just connect the screen. Connect the touch. Da bin auch den Touch. Seht ihr so genug? Ein bisschen hoch. Und was wir natürlich auch verbinden müssen, ist unser Frontflex. Weil auch dann hätten wir keine Face-ID-Funktion. Weil da sitzt der Sensor drauf auf dem Frontflex. Den brauchen wir auch. Und dann können wir das Gerät starten. And then we can boot up the device. We see an Apple. That's pretty okay. Take the screen like that. And wait. I don't know. Or was it a personal background? War es wirklich ein persönlicher Hintergrund? Und das werden wir jetzt nochmal sehen. Ich weiß, das merkt mir das nie so genau. Da ist wieder der kleine Fredo. Komm nur rein. Und dann werden wir das sehen. Nein, das ist kein persönlicher Hintergrund. Das heißt, ich kann euch das zeigen. Den Code kann ich euch auch zeigen. Was ich euch nicht zeigen kann, ist so. Dann machen wir das Ganze so. Und jetzt probieren wir einmal. Now we just have a look if we can set up Face-ID. And here we are. Okay. Face-ID-Function again. Also wir haben jetzt hier wieder eine Face-ID-Funktion. Der zweite Scan zum Abschluss. Und dann entsperren wir das Gerät noch einmal. And then we just get it unlocked like that. Works like a charm. iPhone X Face-ID Repair. I hope you like it. Also, wie ihr seht, wie ihr seht, bitte nicht an der Kamera rumspielen, mein Schatz. Wie ihr seht, eine Face-ID-Reparatur ist bei Rescue problemlos zu bewerkstelligen. Geht auf unsere Webseite rescue-repair.com. Gleich, erst mache ich mein Outro und dann darfst du das, okay? So, also. Geht auf rescue-repair.com, klickt auf den Punkt Auftrag erfassen, generiert dort euer Sendungssabel, sendet euer Gerät ein. Und Fredo, was machen wir dann mit dem Gerät, wenn das hier herkommt? Mehr Barriantel. Ja, Mann. Das ist doch die richtige Antwort, ja. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr uns folgt auf TikTok, auf Instagram, den Channel supporten, die Glocke aktivieren. Du lässt die Zunge drin, das darf man im Video nicht machen, sonst gibt es keine Süßigkeiten mehr. Und ja, freut mich sehr, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Euer Ben. So, thanks a lot for watching. Support us by just get us subscription or subscribe the channel. Hit the bell, give us a comment, have a look for TikTok and Instagram. I'm out. Yours, Ben. Goodbye and go to rescue-repair.com and click on create order. Goodbye. Bye-bye. 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 Bye-bye.